Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fortnite Minigames zusammen mit TheBeats Hallöchen Hey du hast gar nicht deinen Tanz gemacht Oh mein Tanz Jawoll, es kommt vor allem jetzt nicht mal ein Ton, dann ist das einfach noch wecker Okay Leute, wir haben uns heute was super cooles überlegt Und zwar werden wir heute ein kleines Halloween Special machen Wir haben drei verschiedene Städte und es gibt ja einen Haufen Halloween Dekoration Hier gibt es zum Beispiel die Kürbisse Es gibt aber auch Geister und noch andere schöne Sachen Warte und Hexen gibt es auch noch und Spinnennetze Ich zeige euch mal kurz die Kürbisse, sieht man die von hier? Wo sind denn die Kürbisse? Da sind Kürbisse Leute, da seht ihr die So, Ziel für heute ist es, in jeder Stadt so viele Elemente wie möglich zu eliminieren Das heißt, hier muss man mit der Sniper die einzelnen Kürbisse abknallen Jeder Kürbis gibt einen Punkt, aber wir machen das natürlich ein bisschen komplizierter Wir kriegen nämlich zusätzlich auch noch eine AR Und wir dürfen uns gegenseitig killen Das heißt, wir kriegen damit einen kleinen Zeitbonus Weil naja, wenn man einen killt, dann fliegt man ja erstmal runter Und das dauert dann wieder, bis man weiter looten kann Bin gespannt, let's go Runde Nummer 1 geht los Wo landest du? Ah, da Wo bist du denn? Bist du schon gelandet? Hey, ich geh noch vor dir, du blinde Nuss, siehst du mich nicht? Nö Ich bin der Luft hier Ich hab übrigens den Rucksack freigeschaltet, falls ihr das noch nicht gesehen habt So, wo sind denn hier Kürbisse überhaupt? Also hier sind auf jeden Fall welche Oder geh ich sofort auf den Kill bei dir? Nee, mach es mal Kürbisse So, und Eins Lol, ich hab einen abgeschossen, der hat keinen Schaden bekommen Zwei So, wir haben gesagt, diese komischen Eimerdinger zählen auch Ist ja auch quasi Drei Sind jetzt, sind Innenhäusern auch Kürbisse? Das ist so eine Sache, die ich gar nicht weiß Hm, wir machen erstmal draußen Drei Stück haben wir Okay, ich glaub du führst Du hast schon ein paar mehr Schüsse gemacht, oder? Der erste hat aber nicht gezählt Ich hab jetzt vier Vier Ich hab auch vier Und Fünf Jetzt, komm Darf ich gegen dich auch snipen? Natürlich Ich hab übrigens meinen Bauen umgestellt Also falls das heute nicht ganz so gut läuft Ich bitte, dass du entschuldigen Ich seh, dass du da snipest Danke Ich hab fast gar keine Leben mehr, Ben Bam 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 Wie viel Schältst denn du aus, meine Güte? Boah, ich hab Jetzt hab ich durch das Duell vergessen Wie viel Kürbisse ich hatte Ich glaub fünf Oder? Ich hab da auch Ja, wir haben beide fünf So, jetzt hab ich sechs Das ist irgendwie, sieht aus wie ein Creeper, ey So sechs Ähm Zählt das auch als Kürbis? Ein grüner? Äh, weiß ich nicht Keine Ahnung Ich hab mir erstmal abgeschossen So, wir sind bei sechs Haben wir jetzt hier noch welche? Ich glaub hier gibt's noch viel, viel mehr Wow Nein Das war knapp Oh Nein Oh Ah Ich hab keine Materialien mehr Wo bist denn du? Da Du kannst nicht mehr viel haben Ich hab auch nicht mehr viel Ah Oh, Leute Jawohl Oh, ich muss nachladen Gibt's nicht So Sieben Und acht Und wir sind noch nicht fertig, Leute Neun Okay, aber das war's Mehr gibt's hier nicht Sind hier noch welche? Jawohl, hier sind auch noch welche Zehn Und Elf Jawohl Oh, hier ist noch einer, Leute Jawohl Zack Lächerlich Wow, als ob er den getroffen hat Schön nach Schuss Der tat weh Ich weiß Hey, von wo hast du geschossen? Ich seh dich gar nicht Okay, wir laufen einfach mal weiter Keine Ahnung, wo du bist Wow Meins Sind hier hinten auch Kürbisse? Das ist jetzt halt die entscheidende Frage Wir bauen mal sicherheitshalber zu hier Ich muss nur noch eine Stelle finden Ich gucke sogar im Haus nach Ja, ich habe auch schon ein im Haus gehabt Boah, das ist knapp Wird er mich treffen, Leute? Das ist die Frage Wir müssen antäuschen Dodgen Und jetzt Attacke Oh, nein, du bist ja hier gelandet Oh, Mann, ich habe dich zugebaut extra Komm jetzt hier Oh, der hat gesessen Oh Oh Das war knapp Huch Okay Haha Jetzt haben wir ausreichend Zeit Ich habe nämlich da eine Sache beobachtet Als ob du einen Kürbis gefunden hast Nicht nur ein Bam Du bist an übelst vielen vorbeigelaufen An vier Stück bist du vorbeigelaufen Zwei Und Drei Und an fünf sogar An sechs Vier Haha Oh, 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 oh Wieso war ich nicht nachgeladen? Runde Nummer eins mit den Kürbissen Und der Farmers konnte ich für mich entscheiden Let's go, Runde Nummer zwei enttiltet Hier sind die Geister dran Denn hier hängen so Geister oben an den Laternen zum Beispiel und so weiter Ich bin gespannt, wer diese Runde gewinnt Zack Boom Nummer eins Wo haben wir noch welche? Ah, ich höre, wo du bist Ich habe auch eins Nummer zwei Ich bin mit den Zielen komplett immer durcheinander gekommen Und zwei Komm, dann konzentrieren wir uns Drei Ja, aber ich will dich auch killen Oh, da ist noch einer Hier drauf Und Ich habe auch drei Vier Haben wir hier noch welche? Ich getroffen Jetzt habe ich sieben Okay, jetzt wird es schon langsam knapp hier Acht Acht, sagst du? Oh, der Schuss war heftig Okay, ich habe auch acht jetzt Zack Okay, haben wir Ich habe nur diese Auf diesen Geist geachtet Neun Oh, da ist noch einer Zehn Jawohl Zehn zu acht Wow, das war übelster Quickscope Der war echt nice Kriege ich nie wieder in meinem Leben hin Ich habe so skills Okay, ich führe mit einem jetzt aktuell Jetzt habe ich aber wenigstens die Übersicht Weißt du, wie ich meine? Das stimmt, ey Das ist doch der Vorteil Okay, wir führen mit einem noch Wo haben wir noch einen? Wo haben wir noch einen? Wo sind denn noch so Laternen? Ich hätte eine Idee noch Hey, ich habe dich irgendwo landen, ja Und du bist hier in meiner Nähe Nein Nein, sagt er locker auf den In der Pleasant Park gelandet Mit diesem neuen Bauen kann man so schnell bauen Das ist so geil Wow, nein Wir führen mit zwei Ich glaube Also Ich glaube auch Es gibt jetzt langsam keine mehr Oder vielleicht noch einer Aber den werden wir nicht finden Einer versteckt sich locker irgendwo noch Ich würde sagen Wir beschleunigen die Suche mal ein bisschen Jetzt sind wir zwar ein leichtes Ziel Aber Egal Let's go Hier dahinter waren wir noch nicht Vielleicht können sie sich hier ja noch Und, und, nein Das sieht mir nach einem Sieg für mich aus Mein Guter Außer wir finden jetzt hier noch Mysteriöserweise irgendwo welche Aber ich glaube, das war's Oh, kleiner Unfall gebaut Hat keiner gesehen Wow, der steht ja plötzlich vor mir Wow, nein Hau doch ab Als ob du baust Wow, der hat so gesessen Ey 150 Bam Und damit habe ich Tilted auch für mich entschieden, Leute Kommen wir zur finalen Runde Let's go Die letzte Runde Da ist er Wir zocken die legendäre Minigun in der letzten entscheidenden Runde Dieses Mal dürfen wir alles kaputt machen Spinnen Spinnnetze Spinnenweben Kürbisse Geister Grabste Als ob es schon anfängt Ich bin da nicht mehr gelandet, ey Okay, Leute, let's go So, was haben wir hier Hier ist auf jeden Fall eine Spinne Und Zwei Und Drei Und Vier Und Fünf Da habe ich noch eins gesehen Das schnappe ich mir mal schnell Bevor er sich das schnappt Sechs Ja, ich wollte es auch gerade kaputt machen Ich habe sechs Wie fährst du Wir haben noch eine Minigun Let's go Oh 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 Jetzt will er das wissen Jetzt will er es wissen, ja Wo bist du Wo bist du Und tschüss Komm MG Enttäusch mich nicht Oh Das ist schon eine heftige Waffe, ne Wenn man gut trifft auf jeden Fall, ja Wow Ich muss gleich nachladen Ich muss dich jetzt killen Ach nee, man muss ja gar nicht nachladen mit der Waffe, stimmt Man hat ja unendlich Schuss Zack, da haben wir noch einen Sind wir bei acht Tschüss Wir wollen schon auf die Deckung achten Hey, du hast die Grabsteine gar nicht Acht Ja, wow, wie soll ich denn schießen, wenn du mich tötest Neun Aber ich glaube, das war die Entscheidung, mein Guder Zehn Ja, ich bin zu oft gestorben Elf GG Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen Wenn ihr flankt, auf jeden Fall mal den Like-Button für mehr Episoden Plus abonniert meinen Kanal kostenlos Und schaut auf jeden Fall auch bei The Beats vorbei Link dazu in der Videobeschreibung Da haben wir auch was aufgenommen Und ich würde sagen Wir sehen uns morgen Haut rein, euer Benson Ciao Tschüss